Hallo und einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Wetter bei Wetter.net am heutigen Dienstag. Ja, gestern gab es wieder verbreitet einen Sommertag, das heißt Temperaturen um oder über 25 Grad. Den höchsten Wert gab es in Rheinland-Pfalz in Drier mit 27,7 Grad, aber auch in Saarland in Perl, da war es warm mit 27,6 Grad Platz 2. Und auch heute am Dienstag geht es dank Hochmanfred sehr sonnig, trocken und auch sehr warm weiter. Erst zum Nachmittag bilden sich vor allen Dingen im Südwesten hier und da ein paar einzelne Schauer und Gewitter, aber zuvor wird es wirklich nochmal richtig warm werden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad im Westen und im Südwesten und für die aktuelle Jahreszeit ist das noch einmal sehr, sehr warm. Aber wie gesagt, im Südwesten kann es dann zum Nachmittag die ersten Schauer und Gewitter geben. Ja und heute um 15.30 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit, da beginnt auch der Herbst 2020 und der Herbst, der ist wirklich pünktlich. Denn morgen am Mittwoch wird es schon deutlich wechselhafter, es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Stellenweise gibt es eben auch mal ein paar Regenschauer, teilweise auch mit Blitz und Donner. Also Gewitter sind mit dabei, es bleibt aber nochmal warm in der Spitze 23 bis 27 Grad. Erst zum Donnerstag und Freitag wird es merklich kühler, vor allen Dingen zum Freitag hin. Da sinken die Temperaturen auf Tageswerte knapp über 10 bis knapp unter 20 Grad. Die tiefsten Werte an den Alpen und sonst im Rest des Landes verteilen sich die Höchstwerte ein klein wenig bis maximal wie gesagt 17 Grad. Und am Donnerstag und Freitag gibt es immer wieder Regenschauer. Die großen Regenmengen sind aber bis Freitag früh noch nicht in Sicht. Das sehen wir hier auf der aktuellen Regensummenkarte. Vor allen Dingen im Westen und im Norden teilweise nur 5 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber im Süden und teilweise im Osten, da wird es Richtung Sachsen vor allen Dingen und Bayern schon etwas nasser mit Regenmengen von um die 20 Liter Regen pro Quadratmeter und noch etwas darüber. Schauen wir jetzt mal rein bis zum Dienstag früh, was die Regensummen angeht. Und oh, 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 da steht scheinbar die Sintflut vor der Tür. Zumindest im Osten Deutschlands, aber auch im Südosten Deutschlands. So vor allen Dingen von Berlin, Brandenburg, von den östlichen Regionen über Sachsen bis nach Bayern runter und nach Baden-Württemberg. Und bis in die Alpen, die österreichischen Alpen, die Schweizer Alpen. Da drohen zum Teil sindflutartige Niederschläge. Also nach der Trockenheit scheint nun extremer Starkregen zu kommen. Ja, und woher kommt das? Woher kommen plötzlich die Niederschlagsmengen berechnet bis zu 180 Liter im Osten Deutschlands und teilweise deutlich über 200 Liter im Süden Deutschlands und am Alpenrand? Nun, da könnte sich laut den Berechnungen der Wettermodelle eine sogenannte 5B-Wetterlage einstellen. Das heißt, ein Tief zieht quasi vom Golf von Genua Richtung Ostdeutschland, Osteuropa Richtung Polen. Und das würde uns dann tatsächlich vom Osten Deutschlands bis runter nach Bayern, bis in die Alpen, zum Teil andauernde Niederschläge bringen. Los geht's so im Laufe des Freitags und die heftigen Regenfälle würden über das Wochenende andauern. Ja, und das sehen die beiden führenden Wettermodelle, das vom amerikanischen Wettermodell und das vom europäischen Wettermodell relativ ähnlich. Hier zunächst mal die Wetterlagenkarte vom amerikanischen Wettermodell. Und wir sehen hier am Sonntag ein Tief über Polen und dieses Tief schaufelt, wie gesagt, sehr feuchte Luftmassen Richtung Ostdeutschland, aber auch Richtung Alpenraum. Und deswegen kann es dort so starke Niederschläge geben. Ja, und auch das europäische Wettermodell, diese Karte hier, die sieht im Grunde fast die ähnliche Wetterlage auch. Ein Tief hier bei Polen und zugleich würden auch hier die sehr feuchten Luftmassen in den Osten gedrängt werden und an den Alpenrand. Und auch hier käme es zu teilweise heftigen Niederschlägen von weit über 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Regen wäre zwar ein Segen, aber die Sintflut muss es nun wirklich nicht sein. Ja, und diese großen Regenmengen, die fallen teilweise auch besonders in den höheren Lagen als Schnee. Das hier ist mal die Schneehöhenkarte Richtung Wochenende. Ja, und wir sehen vor allen Dingen im Alpenraum Schneehöhen von 50 bis 80 Zentimeter. Also da kann besonders in den höheren Lagen oberhalb von 1000 bis 1500 Metern Höhe kann da Schnee fallen. Und besonders ganz weit oben über 2 bis 2500 Metern kann da einiges an Neuschnee vom Himmel kommen. Aber ob die Regenmengen wirklich so heftig werden, das müssen wir noch ein bisschen abwarten. Denn so eine 5B-Wetterlage, die ist immer recht unberechenbar. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie sich die nächsten Modellberechnungen weiterentwickeln werden. Apropos weiterentwickeln, war es das denn nun mit dem sommerlichen Wetter im Herbst? Beziehungsweise kommt im Herbst nochmal sommerliches Wetter? Gibt es vielleicht einen goldenen Oktober? Nun schauen wir uns hier mal die aktuelle Prognose vom US-Wetterdienst NOAH an. Für den Oktober 2020 und wir sehen eine leichte Temperaturabweichung, rund 1 Grad wärmer als normal. Und schauen wir uns nun mal die Regensummenabweichungen an. Dann sehen wir, ja der Oktober, der könnte im Norden ein bisschen zu nass in Deutschland ausfallen. Im Süden eher normale Niederschlagsmengen. Naja, es sieht also ganz nett aus für einen schönen Oktober. Vielleicht auch einen goldenen Oktober. Das müssen wir ebenfalls noch weiter abwarten. Und wenn wir schon dabei sind, dann gucken wir noch ein bisschen weiter Richtung Winter 2020, 2021. Gibt es da etwas Neues? Ja, da gibt es was Neues. Es wird immer noch ein recht milder Winter berechnet. Zumindest nach dem amerikanischen Wettermodell. Und wir sehen hier eine Abweichung von 1 bis 2 Grad zu warm. Das war schon mal ein bisschen mehr. Da war schon mal flächendeckend über Deutschland die 2 Grad Abweichung zu sehen. Nun nur noch 1 bis 2 Grad zu warm. Und bei den Niederschlägen, da sieht es auch gar nicht mehr so nass aus. Also dieser typische Westwindwetterlagenwinter mit sehr viel Niederschlag ist jetzt ein bisschen rausgerechnet worden. Eher eine trockene Wetterlage. Also das Ganze hat sich wieder etwas in die andere Richtung entwickelt. Eher ein nicht allzu nasser Winter. Und das wäre ja eher nicht so gut. Denn in diesem Jahr war es ja schon wieder sehr trocken. Nach dem trockenen 2018er Jahr, nach 2019er. Da wäre es doch wirklich mal ein Segen, wenn zumindest der Winter endlich mal wieder etwas Regen bringen würde. Aber nach diesen neuesten Berechnungen sieht es nun nicht mehr nach einem sehr nassen Winter 2020, 2021 aus. Fassen wir kurz zusammen. Heute nochmal sommerlich warm. Temperaturen bis zu 28 Grad. Teilweise rekordverdächtig warm für die aktuelle Jahreszeit. Dann ab morgen wechselhafter. Und von Freitag bis Dienstag könnte uns im Osten und im Süden Deutschlands, ganz so wie im Alpenraum, eine 5b Wetterlage drohen mit sintflutartigen Regenfällen, mit Hochwassergefahr. Und danach stehen die Zeichen für einen goldenen Oktober gar nicht so schlecht. Und der Winter momentan im Trend eher leicht zu warm, aber auch relativ trocken. Viel Niederschlag scheint nicht zu erwarten zu sein. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung. Ich bin Diplometerologe bei wetter.net. Und wenn euch unser Wettervideo gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Dienstag. Tschüss und noch einen schönen Dienstag.